Viel auf dem Spiel. Dieter Hecking, wie wird die Mannschaft das Spiel angehen? Ja, wie es sich eigentlich immer angehen sollte, nämlich dass wir auf Sieg spielen werden, um natürlich unsere Situation weiter zu verbessern, die durch die letzten Ergebnisse vom letzten Wochenende so ein bisschen Druck von hinten bekommen hat die Mannschaft. Aber wie gesagt, wir haben, denke ich, die Qualität, um unsere Ziele zu erreichen. Und trotzdem, Paderborn habe ich ja unter der Woche schon gesagt, wenn man da vor der Saison gesagt hätte, dass sie am 31. oder 32. Spieltag noch so mittendrin sind im Abschließkampf, dann hätte das wahrscheinlich keiner für bare Münze genommen. Aber sie haben die realistische Chance, das jetzt zu schaffen. Und ich denke, darauf müssen wir uns einstellen, dass sie sich da auch voll ins Zeug legen werden, um vielleicht auch aus ihrer Sicht die Überraschung zu schaffen, uns was abzunehmen, um sich selber im Abschließkampf eine bessere Position zu verschaffen. Darauf müssen wir uns einstellen. Das haben wir in einer ähnlichen Form schon in Bielefeld gehabt. Ja, wobei die Paderborner Mannschaft sicherlich besser ist wie die Bielefelder Mannschaft. Aber von der Herangehensweise an dieses Spiel, denke ich, ist es ein ähnliches Spiel. Enthusiastisches Publikum, kleines, enge Stadion. Ja, und ein bisschen bessere Platzverhältnisse werden sein. Und von daher wird das die Aufgabe sein, die richtige Einstellung, die richtige Motivation zu finden. Aber die sollte eigentlich sowieso da sein, weil meine Mannschaft hat natürlich auch ein klares Ziel vor Augen. Die Vizemeisterschaft, und die wollen wir natürlich gerne holen. Ich habe schon bei vielen Vereinen gespielt. Da sind wir ein besonderes Spiel, oder was? Nein, also wirklich Paderborn. Klar, wenn man den Rückblick mir gestattet, war ich halt Jugendnationalspieler beim FC Paderborn damals noch. Ja, und dann gab es ja so verschiedene Namensumbenennungen. Das ist ein interessanter Verein, gar keine Frage, weil gerade da in Ostwestfalen halt über Jahrzehnte nur Arminia Bielefeld die Schlagzeilen geschrieben hat. Und von daher freut es mich, dass dieser Verein diese Entwicklung genommen hat. Ja, und wie gesagt, ich habe es ja eben schon in der Einleitung gesagt, wenn sie es am Ende schaffen würden, wäre es auch für mich eine Riesensensation. Ja, ich erwarte sie so, wie sie eigentlich immer spielen. Sie spielen sehr engagiert, hohe Laufbereitschaft, Zweikämpfe wird sich nicht geschont. Und versuchen wirklich im Kollektiv dem Gegner wehzutun, wehzutun nicht in Form von brutalen Fouls, aber eben ein ekliges Spiel rauszumachen. Und haben darüber hinaus auch eine fußballerische Qualität. Ja, also wenn man ihnen Räume gibt im Umkehrspiel, sie haben schnelle Leute auf dem Flügel, ja, da sind sie sehr gut unterwegs, sehr gute Standards. Ja, also das Gesamtpaket, muss ich wirklich sagen, ist ausreichend, um die Liga zu halten. Das, was sie bislang gemacht haben, ist wirklich, so wie ich es gesagt habe, das könnte reichen. Ja, und wahrscheinlich wird es so gereichen. Ja, die Art und Weise, wie sie insgesamt mit dieser Situation umgegangen sind, schon die ganze Saison. Das bei allen Prognosen der Experten, glaube ich, waren sie überall auf dem 18. Platz zu finden. Und mit dieser Situation, schon wie sie in die Saison gestartet sind, das war eindrucksvoll. Ich glaube, das war auch vielleicht sogar der Grundstein für diese gute Saison. Mir hat auch imponiert, es war nicht so schön, wie sie hier den Punkt geholt haben. Das war, wie ich denke, war es damals nicht ganz verdient, aber es war eine sensationelle Torwartleistung, die hier abgeliefert worden ist. Ja, dass sie einfach aus ihrer Situation, glaube ich, die ganzen Trümpfe oder Vorteile herausziehen. Dass sie eben aus dieser Außenseiterrolle das Beste machen. Ihren Weg finden, auch so wie sie spielen. Das ist nicht nur so, dass sie zu Hause, dass man sagt, mit ihrer Heimstärke oder mit der Unterstützung ihres Publikums oder mit der Besonderheit des Stadions kommen sie klar oder holen dann die Punkte, sondern auch auswärts sind sie immer gefährlich. Das hat man gerade im letzten Spiel gesehen. Insgesamt ist das eine sehr, wie ich finde, überzeugende Vorstellung für einen Aufsteiger. Und das ist das eine sehr, wie ich finde, überzeugende Vorstellung für einen Aufsteiger.